Ja, was ist das wieder für ein Match gewesen von unserem geliebten BSCI-B3-2-Sieg gegen FC St. Gallen? Bei mir jetzt Marco Wölfli. Marco, meine Nerven, ich habe langsam nicht mehr. Könnt ihr auch ein bisschen früher? Ja, wir müssen es ja ein bisschen spannend machen. Es ist ja das Schöne. Das Wichtigste ist ja immer, dass wir am Schluss noch ein Go machen, aber ab und zu dürften wir auch ein bisschen früher. Das ist ja so. Heute hat einer alle drei Gale gemacht, der Guillaume Huarro nach seiner Verletzung. Unglaublich. Ja, ich glaube, es ist unglaublich, was er für ein Typ ist, vor allem als Spieler. Ich denke, wie cool, dass er beim Penalti bleibt. Alle versetzen auch den Ball, versuchen ihn nicht zu verunsichern und er hält ihn einfach rein. Das ist einfach souverän. Auch für dich ist es sicher nicht einfach, dass du in der Pause wirst, du musst wahrmachen und reinkommen nach dem wirklich harten Zusammenbrall vom Tafel mit dem Bakayoko. Hast du sofort gewusst, dass du bereit bist? Ja, ich glaube, ich habe eine gewisse Routine schon und von dem her ist es nicht so schlecht. Ich versuche mich immer genau gleich zu vorbereiten, wie ich würde spielen. Ich bin froh, dass es einigermaßen gelungen ist. Und ich bin natürlich auch froh, dass es beim Tafel nicht allzu schlimm ist. Es ist ja nur eine Tomate von dem her. Nein. Auf jeden Fall eine tolle Leistung von dir und von der ganzen Mannschaft, Marco. Merci vielmals und hopp ibe weiterhin. Merci. Merci.